Erreiche in verschiedenen Matches das höchste Fahndungslevel, also macht das am besten in Gruppenkeile, geht zu einem der Telefone hin, die ihr hier auf der Karte seht, landet beim Telefon, kauft um 500 Gold jeweils eine Stufe von den Fahndungsleveln, insgesamt könnt ihr 4 Stufen kaufen, also 2000 Gold, das wäre die schnellste Methode, ansonsten müsst ihr normal spielen und Gegner eliminieren und abwarten bis ihr da die maximale Fahndungsstufe erreicht.